900.000 Österreicher deklarieren sich bereits als Rapid-Fans. Das sind 200.000 mehr als im Jahr zuvor. Dass die Hütteldorfer beliebt sind wie nie zuvor, spiegelt auch eine aktuelle Repo.com-Studie wieder, wonach die Grün-Weißen bei 26% der Befragten der absolute Lieblingsklub sind. Weit abgeschlagen Salzburg, Sturm Graz und die Wiener Austria. Dabei sehen die Rapid-Fans den Rekordmeister nicht nur als Traditionsverein, für die Mehrheit steht er auch für Innovation. Die Relevanz und Wirkung der Hütteldorfer in der abgelaufenen Saison schlägt sich natürlich auch in den Medienauftritten nieder. 370 Stunden sind über Rapid im Fernsehen berichtet worden. Das ist ein Plus von rund 27% mit einem Gegenwert von fast 83 Millionen Euro. Außerdem sind exakt 4.463 Printartikel erschienen. 735 Millionen Internetkontakte im Zusammenhang mit dem Verein wurden gezählt.